moin leute das ist mal wieder treten voll beta diesmal mit dem sweeten der hat jetzt endlich mal die beta ja ich hab grad übelston pink weil ich was upload also nicht wundern ein schmal gekillt mit der schrothflinte oder was hast du weil er schon mal gekillt noch darum das sind das so viele noobs oder was die schrothflinte hat keine zweite hoffe das finde ich ein bisschen scheiße ich bin ja auch hier nur alleine mit einer pistol ist auch relativ scheiße aber die pistols einfach geil ich will aber noch ich muss noch sieben killen mit einem schuss oder schrothflinte die schrothflinte ist so p oder was die gekillt jemand mit einem schuss das ist normal für schrothflinten nein auch dass die typen mit einem schuss geht weil die 66 aufeinander schießt ich habe den gekillt hat ein team war direkt im sachtung da oben da oben sind welche aber das in der pc ist nur egal ich habe mich unsichtbar gemacht ich weiß ich kann mich auch unsichtbar machen es hält nur für kurze zeit an das ist scheiße normal zu mir abhauen will gerade oder ja das war die seine waffe die ich auch abstehen und ein übelst kaputt hier ist ein zeiten drin alter ganz angestiegen also hat mich getötet mit seinem der und auf jeden fall besser als ich moment na gut ist das auch egoshooter erfahrung ich habe ja lang keine egoshooter mehr gespielt ne ja ja ich kann meinen zeiten rufen geil ich meine nicht muss noch 25 meine güte an sich an ort als das ja immer dieselbe map alter es gibt nur zwei maps und ist ja erst später kann man nicht großartig viel erweiten ich habe gesagt ich bin drin kann man die raketen abfeuern von dem er ist kaputt oh mein ja der hat mich kaputt gemacht hat und zeiten drin alter ich nicht ich schlafe gerade um sprung nach sieben noch ein paar kills ist dafür deswegen also andere spieler nicht nicht diese komischen ich muss piloten killen also die ganz normalen anderen spieler ich weiß nur über titan hatte mit meiner selbe mal merke ich wird selbst sich die titan ich hatte noch zuerst angegriffen warum hat er nicht anvisiert gerade leute wird der titan war weiter ja ja das muss ich bin gerade beim ist gerade übel als am legen weil wenn ich einmal schiefe kommt der schuss erst in zwei sekunden an ich habe eine ping von 600 bei mir lächst ja mal ich was upload ich bin höher als du das noch kein piloten doch doch sei piloten gekillt warum mich höher als du schon wieder eine alter schon mehr kälte ist einfach nur so gesagt drei titan auf einmal wie soll man das denn schaffen alter ich bin jetzt abgehauen ich war gerade ich war gerade auf dem titan drauf habt den kopf abgerissen also so ein ding da bekommt ihr mal schaden schon steig ein mann neben mir ist einer der hat mich tot getrampelt wir müssen das jetzt kaputt machen naja weil wir müssen geht zu diesem komischen aber wo er war eben auf der web steht das müssen nicht kaputt machen da müssen wir jetzt einsteigen glaube ich verdammt bei mir sind drei riesen titan man durch das bitteschön schaffen man ab tot wir sind tot du bist tot ich habe es vielleicht noch zu entkommen und gerade bei dir steig ein steig einstellen gerade so geschafft aber kann auf mich am schießen ich kann nicht schießen ja ja komm 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 und der letzte ist der einzige überlebt hat also nicht nein nicht der einzigste hatte drei überlebt habe ich zwei das bessere schon übelsthaft gestorben alter wegen der scheiß lex bei mir in der ping aber naja egal die runde ist vorbei und wir sind zwar der nächste runde tschüss